Ich möchte euch ein paar Dinge fragen, die mich beschäftigen. Oft gerate ich in Panik, wenn ich daran denke, welche Richtung mein Leben nimmt. Sehe ich richtig aus? Verdiene ich genug Geld? Bin ich glücklich? Ich kann nicht anders, als mir ständig Sorgen zu machen. Was wäre, wenn ich alles verliere, was mir lieb ist? Und wie kann ich mich daran erinnern, dass dies mein Leben ist? Mein Einziges. Ich will dir helfen. Kann ich dir helfen? Ich bin ein Geisha. Ich bin ein Geisha. Der letzte hier. Ja. Du bist so elegant. Du bist nicht so elegant. Du bist nicht so elegant. Das war's.